Servus Leute, willkommen zurück zu Danganron Patriga Happy Havoc. Ich glaube, ich muss das Argument von Aoi jetzt vernichten. Wenn es kein Titanium Pfeil wäre, dann wäre es wirklich nicht dick genug. Das Tape? Oder... Blablabla, ja, das war nur ein Versuch wert. Merkig zu sein, habe ich nicht damit gerechnet, dass es das ist. Ja, ja. Hey! Ja, leck mich. Okay, nochmal der Durchgang. Ich habe keine rechtes Recht. Ich habe keine rechtes Recht. Das Titanium Pfeil war in der Dojo, ich habe keine Verzüge. Ich habe sicher. Du bist sicher? Du bist sicher. Du bist sicher, dass die Anfänger wohl nicht so schwer ist. Es scheint, dass es so schwer ist. Nein, das ist falsch. Du bist richtig. Du bist richtig. IKA Moment mal! Kann es sein, dass die Pfeile zusammen gebunden wurden? Ah, das könnte sein. Wie ist es hart? Du hast sogar gehört. Insofern, das erklärt die Mörder Weapon. As für wer die Blüte ist, die die Mörder in der Dojo-Locker... Es war dich, Kyoko. Ich habe noch nie zu dem Dojo. Oh nein, du hast absolut. Wie kannst du das sagen mit so confidence? Denn wir haben die Wahrheit, natürlich. Nichts, Makoto? Oh! Um... Hm? Was ist das Problem? Wahrscheinlich, dass du nicht einen Mörder schreckst. Du wissen, was passieren wird, wenn du das tun willst, nicht wahr? Wenn du das für den Blüte steckst, kann es nur eine Sache führen. Die Todes der uns alle, weißt du? Natürlich, ich weißt! Dann zeig uns. Zeig jedem die Wahrheit, die bewertet, dass Kyoko in die Dojo geht. Ich habe... ...Evidence, heißt das Beweise? Einwände... Beweise. Aha. Beweise, dass Kyoko im Dojo war. War sie denn nicht da? Ich habe sie auch selbst gesehen. Achso, der Wooten Key. Äh, hier. Der Wooten Key. Das alles zeigt, dass Sie die wahrsten Kulprete sind. Sie können das nicht erklären, also verabschieden Sie. Holden Sie einen Moment. Nicht das wiederum. Sie sind wirklich auf die Gefühle, nicht wahr? Nein. Es ist nicht so, dass ich sie will. Es ist nur, dass es eine andere Sache gibt. Kyoko, ich will mir etwas erzählen. Ich weiß nicht, dass ich etwas tun habe. Es war letzte Nacht. Du warst in meinem Raum, nicht wahr? Warum? Was warst du da? Das ist das, was ich muss wissen. Ja. Ich war nur... ... beschützen Sie. Was? Ja. Äh... Sie beschützte mich. Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich dachte, es kommt wieder Synchronisation. Äh, ja. Sie wusste, dass ich angegriffen werde. Und sie kam mir zu Hilfe. Also um mich zu retten. Könnte es sein... Das würde bedeuten, dass Kyoko... Sie hat jemanden für mich umgebracht. Das ist genug. Die Zeit für Eidl-Chatter ist vorbei. Ein Verdikt ist nahe. Warte. Ich bemerke mich. Nicht diesen Fehler machen. Ich bin nicht der Körner. Ich wusste, dass du ständig warst. Aber das ist einfach schrecklich. Wirklich? Aber du solltest besser wissen als jemanden, dass ich es nicht gemacht habe. Kannst du mir sagen, dass ich falsch bin? Ich... ... sollte wissen. Was? Biakia sollte es besser wissen als alle anderen? Was hat das zu bedeuten? Okay, schauen wir mal. Es geht noch weiter. Erstmal ein Durchgang. Oh, ein langer Durchgang. Was? Mäster! Kannst du niemals schaubern etwas von mir? Es gibt proof, dass du nicht der Körner bist. Ist das das, was du sagst? Du hast eine Theorie erklärt. Du sagst, dass ich die Wahrnehmung von meinem Körner in der Dojo-Locker schiebte. Und dann habe ich den Locker-Key in meinem eigenen Raum gelegt. Verrückt? Aber... Könnte ich wirklich das gemacht? Ich bin mit mir das. Okay... Er würde er auf die Verlungskette Biakia... Achso! Yoko hat ihren Schlüssel an Biakia geben müssen, deswegen. Was würde er bedeuten? Okay, ich muss jetzt mal gucken... Du solltest das mehr als jeder hier verstehen. Yakuya, wo du siehst? Master, wirst du niemals etwas von mir schlafen? Es gibt proof, dass du nicht der Kult. Ja. Das ist das, was du sagst? Du hast eine Theorie gesagt. Du hast gesagt, dass ich meine Gefahr in der Dojo-Locker hidegte. Und dann weg? Meine eigene Wohnung, richtig? Aber, könnte ich das wirklich gemacht werden? Ja, jetzt muss ich Byakuya's Reise wahrscheinlich aufs Korn nehmen. Genau. Ich meine nicht, aber du solltest es verstehen. Byakuya, wirst du niemals etwas von mir schlafen? Es gibt proof? Genau. Nein. Nein, das ist falsch. Wenn ich richtig bin, Kyoko nicht hätte sein können. Hm? Warum nicht? Denn sie hat seine Kult. Ich verstehe. Das ist das, was du sagst. Nein. Das ist nicht genau wahr. Moment. Eine offensichtliche Lüge. Von dem, was Kyoko gesagt hat. Aber das passt nicht zu ihr. Sie probiert sich selbst zu retten mit einer Lüge. Äh, ja. Lüge. Wann sie nicht Mörderin ist? Oder ist das anders? Tiefere Bedeutung hinter dem, was Kyoko zuvor gesagt hat. So, das kann ich nicht zulassen. Also das. Fala, Must-Amans versucht Kyoko eine Falle zu stellen. Aber... Was ist das, wenn das nicht wirklich wahr ist? Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich... Die Falle vom Mastermind. Das Opfer war Muko und Kyoko hat sie umgebracht? Was weiß Kyoko wirklich? Was soll ich jetzt tun? Kyokos Lüge. Ich bin der einzige, der weiß, dass es eine Lüge ist. Ich bin der einzige, der sie offenbaren kann. Aber wie? Kann ich ihr trauen? Was sollte ich jetzt tun? Das Meister... Ja, du wiederholst dich. Ja, das können wir. Was soll ich tun? Äh... Ist das eine Lüge, was Kyoko gesagt hat? Naja, wenn ich die Lüge aufdecke, wird sie wahrscheinlich umgebracht. Wenn ich es bleiben lasse, wird wahrscheinlich ich umgebracht. Und ich bin der Protagonist, also... Es tut mir so leid, Kyoko. Es war eine Lüge, die in Kyokos Statement vorgelegt worden ist. Eine Lüge? Ist das nicht richtig, Kyoko? Du hast ihn gesagt. Der Verstand der Beweis ist an dir. Also lass uns hören. Wo ist diese Lüge, dann? Kyoko lüge definitiv. Und das ist, weil... Weil jemand anderes... Weil eine andere tiefere Wahrheit versteckt bleiben. Weil sie eine andere tiefere Wahrheit versteckt halten will. Ich glaube, die Musik hat sich geändert, oder? Ja, das stimmt. Vielleicht doch. Hm. Kyoko selbst hat es mir gesagt, als dieser Prozess begann. Das ist ja etwas sehr wichtiges vom Headmaster gestohlen hat. Achso, den Generalschlüssel. Ja, okay, okay. Tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid, Kyoko. Gut. Gut. Sie könnten in eine Rune kommen. Du sagst so selbst, nicht wahr, Kiyoko? Manakuno's Secret, auch? Kiyoko stole es von der Rune des Headmaster. Es lässt dich in irgendein Rune in der Schule, das bedeutet, dass sie es in ihre eigene Rune haben können. Dann glaube ich, das ist es. Okay, time's up! I'm sorry to say, but your time is up! All done, all finished! The class trial is all over! But that's ridiculous! Since when is there any... It's because you were late, so the trial started late and time ran out! So then, it's time for voting time, okay? Everyone, please vote using the lever in front of you! But I guess we already know who the blackened is, don't we? The way we are is... But we are still late, in the same way... We are still late... Wir haben recht, ich dachte, dass Kyoko wirklich die Melderin ist, aber ihm wird das seltsam, das geht nicht vor. Und er fühlt sich falsch an, dass er so ein klasse Prozess ist. Kyoko! Ja, ne? Ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht, kann ich es nicht resetten? Nein! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein potenziell schlechtes Ende, aber ich darf es nicht nehmen, weil, ja, ich glaube nicht, dass sie in der Lage ist, jemanden umzubringen. Ja, Mastermind steht in der Farbe und so weiter. Aber natürlich habe ich ein Alibi. Von der Nacht an, ich war mit euch die ganze Zeit. Ich kann nicht möglicherweise jemanden töten, oder die Kiefer in Kyoko's room. Jemand hat die Kiefer in da. Es gibt nur eine andere Möglichkeit, die ich zu denken. Jemand hätte die Kiefer auf ihnen gehabt, und dann, als sie auf die Szene gekommen sind, hat sie versucht, es zu finden da. Was? Es muss sein Makoto sein, oder? Ich sehe keine andere Option. Warte einen Moment. Du hast es alles falsch gemacht. Mal denken, es muss noch einmal sein. Es muss eine hidden Seite sein, in diesem Fall. Huh? Eine hidden Seite? Apropos, was ich sagen wollte. Seit wann gibt es überhaupt ein Zeitlimit bei diesen Prozessen? Also, Monokuma spinnt immer mehr. Unsympathisches, dreckiges Vieh. Erstens, es gibt etwas über dieses gesamtes Trial. Ihr seht es, nicht wahr? Luguro, die wir noch nicht wissen, existierte, plötzlich sieht es tot, und dann wird es in eine Trial. Und Kyoko sogar sagte, es ist ein Trapp der Mastermind set für uns. Also, das ist das, warum... Das muss man sein. Okay, time's up! Huh? Time's up! Class trial's all over! Everyone can stop talking now! What? Time's up? What do you mean, time's up? There's no time's up. Since when have we... It's because you were late, so we had to push back the start time. So then, it's time for voting time, okay? Everyone, please vote using the lever in front of you. Voting time? Now, who will be chosen as the Black End? Will you make the right choice, or the dreadfully wrong one? Hey, hold on! What's it gonna be? What's it gonna be? Äh, vor allem, als Kyoko da jetzt gewählt wurde, da kam eine Todessequenz für Kyoko und ich hoffe, ich darf die zeigen. Falls nicht, dann muss ich sie ausschneiden. Und falls hier jetzt auch eine kommen sollte, dasselbe. Also, wenn ich sie zeigen darf, seht ihr sie. Wenn nicht, dann nicht. Weil, als Monokuma der Ego geschrottet hat, das durfte ich nämlich nicht zeigen. Das Video ist gesperrt worden. Deswegen musste ich es entfernen, nochmal hochladen und dann konnte man es sich ansehen. Was? Ihr denkt, ich bin der Killer? Tut mir leid, Mann. Ja, tut mir leid. Das ist alles deine Schuld. Halt die Fresse. Ihr alle liegt falsch. Ihr versteht das alles falsch. Ich hab nicht. Ja, sind die. Halt die Schnauze. Gute Arbeit. Ja. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Nichts von dem ergibt Sinn. Dieser ganze Prozess ergibt keinen Sinn. Das ergibt perfekten Sinn. Ja, das ist so wie die anderen Prozesse. Am Ende wird immer ein Ersterben. Halt die Fresse. Warte. Warum ich? Oder irgendwie sowas. Oh, Keoko ist offensichtlich auch ein bisschen sauer. Keoko. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 inmitten der gesamten Welt steht. Ja, und ich werde den Part gleich beenden. Hoppepeak Academy. Ja, neue Top-Studenten hier. Kann sein, dass der Text schon mal war. Mit Privilegien kommen wir hin. Ja, hier kann man für sein Leben Zukunft aufbauen mit hunderten von Jahren Tradition. Ja, ich glaube, das war ganz am Anfang. Ja, dann skippe ich das mal. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht allzu böse, aber ich glaube, genau derselbe Text war im ersten Part. Das ist ganz gemütlich, Herr Student, genau. Was? Wo bin ich? Moment. Den Text kennen wir, glaube ich, auch schon. Deswegen skippe ich das mal. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht krumm. Oh. Okay, ab da ist es neu. Endlich. Ich konnte endlich meine Gedanken wieder ordnen und mein Körper kam zurück. Also, Körper und Geist kam zurück. Und dann bin ich aufgewacht. Oder war es ein weiterer Traum? Ein Traum. Inmitten eines hoffnungslosen Albtraums. Nein, das ist kein Traum. Ich konnte es sagen, weil der stechende, der ruf von Müll oder so, ist zu kraftvoll für einen Traum. Was für ein widerlicher Gestank. Ich war in einem, ja, auf jeden Fall in so einem dunklen Kellerloch. Und nicht mal, auch nur ein Funken Licht hineinscheint. Da reicht es so ein Monokuma-Schädel. Müll war über, über, ja, über das gesamte Gebiet verteilt. Das muss so eine Art Untergrund-Müllgrube sein. Ja, so ein, in so einer dämlichen Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde. Aber das war erst der Anfang meiner Probleme. Ich war hier gefangen und, so war ich hier jetzt gefangen und dazu, verdammt hier zu sterben. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nicht nachdem mich mein guter Freund gerettet hat. Ich ernehm mich zu gut an all das. Ja. Alter Ego hat mich gerettet. Boah, ich werde jetzt ganz schön müde. Aber der Part ist ja auch lang genug. Und es ist ja auch spät genug. Ich habe heute viel Danganronpa aufgenommen. Nächstes Mal geht es ja weiter. Das war Danganronpa Trigger Happy High Rock. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen.